Hallo zusammen bei Dieterhorn.de. Heute stelle ich euch einen der berühmtesten Beistelltische der Designgeschichte vor, den Adjustable Table von Eileen Gray. Verrückt ist, der Tisch wurde bereits 1927, also vor über 90 Jahren, designt und ist doch immer noch total modern. Das Besondere ist die Höhenverstellung. Ihr löst diese kleine Kette und könnt dann individuell eine Höhe einstellen von bis zu 100 Zentimeter. Dadurch könnt ihr den Tisch hervorragend auch mal zur Legobuselige kombinieren, aber auch zu jedem Sessel, zu jedem Sofa. Die Platte lässt sich wunderbar über eine Sitzfläche drüber ziehen, sodass die Glasplatte dann quasi schwebt. Design hat Eileen Gray den Tisch übrigens für ihre Schwester. Diese hatte die Idee im Bett zu frühstücken und suchte dafür eine praktikable Lösung. Der Tisch steht seit 1978 übrigens im Museum of Modern Art in der ständigen Design Ausstellung. Das ist auch eine ganz besondere Auszeichnung für diesen herausragenden Entwurf. Ihr seht hier die Ausführung in Chrom mit einer Kristallglasplatte. Bei uns im Shop gibt es natürlich auch die anderen Ausführungen mit schwarzem Gestell und schwarzer Metallplatte.